In München steht nicht nur ein Hofbräuhaus, sondern auch der Viktualienmarkt. Dort wurde den beiden Münchner Originalen Karl Valentin und Liesel Karlstadt sprichwörtlich ein Denkmal gesetzt. Ihren echt münchnerischen Humor muss man einfach kennen. Wir empfehlen das Stück Am Heuboden, denn in diesem geht es ums Sehen und ums Hören. Ein herrlicher Blödsinn mit Tiefgang. Viel Vergnügen dabei wünscht Ihnen Hörakustik Zimmer.